Ne, ne, ne. Ich bringe ne Waffe in die Hand, du Affe. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge Combat Arms Classics auf dem Map Rattlesnake. Ich habe jetzt etwas später gestartet, aber das machte nichts. Ich musste leider alle meine Folgen von YouTube löschen, weil die wegen Urheberrechts scheiß bla bla gesperrt waren. Komplett gesperrt wurden. Das ist auch gefährlich hier. Das hier ist übrigens die Base von denen. Also da oben kommen sie raus, das sind sie am Spawnen. Und ja, deswegen muss ich jetzt alles nochmal neu machen und einer runter. Äh, naja egal. So sind halt die Urheberrechte. Müssen wir nochmal neu machen. Aber das war halt leider nur bei CA Classic so und nicht bei den anderen. Und da haben wir dann leider Pech. Beziehungsweise ich muss das dann ganz so nochmal neu machen. Vorhin hat der Raum-Moderator den Sein abgegeben zu dem Kollegen von ihm, der Super Elite hat. Ich hoffe, der spielt fair, Alter, und kriegt nicht für seine Vorteile. Denn das wäre natürlich voll scheiße. Rattlesnake war früher immer unsere SND-Map hoch 10. Ah, da oben hat er gesessen. Naja, egal. Schauen wir mal, wie die Runde hier verläuft und dann... Bissen wir weiter. Bissen wir mehr. Boah, da steht Tourgret. Das habe ich vorhin im Shop gesucht. Das Tourgret, aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es das jetzt mit GC-Coins, heißt das ja jetzt, nicht mehr mit NX, gekauft wird, oder... Aber ich habe jedenfalls weder beim Mieten noch beim Shop habe ich irgendwas gefunden in der Richtung. Ah, jetzt blockst du mich nochmal, ne? Das ist über uns. Oder der kommt jetzt ja von hier. Naja, doch nicht. Jetzt habe ich mich erschrocken. Egal. Bin ich richtig abgefuckt, heute, ey. Ich bin richtig abgefuckt, heute. Von dem Scheiß mit YouTube. Süß. Hau rein. Rein. Ja, ich bin lecker. Was sagt mein Ping? Hey, same team! So, das ist jetzt wirklich. Mein Ping sagt aber, ich bin im grünen Bereich, Junge. Genau noch. Aber schön, dass ich eine dunkle, äh, West anhab. Ah, fuck. Kam der von hinten. Also mein Ping ist grün. Ne? Und seiner nicht. Du Lappen. Du Lappen. Ah, sitzt der da an der Ecke. Hör mal. Jedenfalls werde ich meine Let's Plays zukünftig nicht mehr mit Musik machen. Oh, hast jetzt auch nichts von gehabt, wa? Geiße. Bulldog. Das ätzen sie immer wieder, dieses hin und her gelatscht, weil die Map ist auch, naja, so mittelgroße Map ist das. Oh, da kommt das sicher von hier. Aha. Bäm, habt ihr das gesehen? Alter, weg ist er. Oh, scheiße. Double kill. Was the next one? Come on, bitch. Wow. AP. 8. Ist da so ein kleiner Flamer-Kiddy hier? Ich kann nicht verlieren. Ich will wissen, wie viel AP du hast, sonst kicke ich nicht aus dem Raum raus. Oder ich gehe bei Mami petzen. Weiß gar nicht, ob das der war mit dem Elite, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Früher haben wir hier auch schön mit der Sniper gestanden. Dann haben wir hier schön aus dem Tor rausgesnippelt. Kommt einer. Ah, scheiße. Egal, mit 8 AP kann ich jetzt auch nicht so viel reißen. Aber einen habe ich noch mitgenommen. Nein, hat er mitgenommen. Nein, la 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 la. Gut schon. Ah, kommt der Bulldog. Wieder hinterher. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Gib mir ne Waffe in die Hand, du Affe. Boah, block doch noch mehr, du hässliche Vieh, Alter. Meine Güte, ey. Schön am blocken, ihr Affen-Kinder. Tau, Jam. Ich muss glitschen, sonst kann ich nicht spielen. Der nächste, der mich Hurensohn, Alter. Ohne Witz. Das ist sowas von räudig, wenn du geblockt wirst von deinen eigenen Kollegen, ey. Boah, witzig. 13 AP. Ja, da brauchst du auch gar nicht, ja. Da brauchst du gar nicht reingehen mit 13 AP bei zwei Tourettes. Okay, ich spiele da nur auf Fresse. Das nervt mich. Ah, hinten war einer. Ah, auch noch eine Mine, Mann. Ihr seid so ein paar Lob-Bobs, Alter. Ehrlich. Mit Minen am zocken, ich glaub's nicht. Okay, da hinten auch noch ein Touret. Ja, klar. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie... Ich will gar nicht wissen, wie ich abgeschnitten hab jetzt in der Runde. Und ich nicht so gut. Und ich nicht so gut. Jetzt hab ich natürlich keine Nade mehr, um das Tourette kaputt zu machen. Ach, das ist sogar kaputt. Ja, war eine geile Runde. War wirklich eine gute Runde. 15 Kills, 14 Tote, 29 Punkte. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Irgendwo konnte man hier auch mal gucken. Ich hab auf jeden Fall einen MVP gekriegt. Wahrscheinlich für die meisten... Nee. Für die meisten was? Äh... Das konnte man auf jeden Fall vor... Früher... Ah, hier. Baxter hat den Schädelbrecher gekriegt. Meisten Headshots. Alles klar. So, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.